Jesus Christus Jesus hat Geburtstag, wir feiern ihn in jedem Jahr. Er ist das Licht für einen Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Er ist das Licht für einen Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Er kommt als Kind auf Ehren und will mein Bruder werden. Er trägt mir meine Last, er wählt mich nie zu siegen, die sonst im Dunkeln spiegen. Und ist in ihnen selbst mein Gast. Jesus Christus hat Geburtstag, wir feiern ihn in jedem Jahr. Er ist das Licht für einen Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Er ist das Licht für alle Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Ich brauch nicht immer laufen, um alles einzukaufen in dieser Weihnachtszeit. Ich lasse mich nicht treiben, will in der Ruhe bleiben. Die Sensationen brauch ich nicht. Jesus Christus hat Geburtstag, wir feiern ihn in jedem Jahr. Er ist das Licht für einen Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Er ist das Licht für alle Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Ich brauch nicht Weihnachtsrumme, nicht hektisches Getumme, wenn ich an Christus denk. Ich möchte mich befreien von Druck und Hetzelreien, er macht sich selber zum Geschenk. Jesus Christus hat Geburtstag, wir feiern ihn in jedem Jahr. Er ist das Licht für alle Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Er ist das Licht für alle Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Was ich als nötig habe, das ist die Weihnachtsgabe, Vertrauen, Hoffnung, Glück. Deswegen sing ich heute von Dankbarkeit und Freude. Gott schenkt vom Himmel mir ein Stück. Jesus Christus hat Geburtstag, wir feiern ihn in jedem Jahr. Er ist das Licht für alle Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Er ist das Licht für alle Menschen, durch ihn wird Gottes Liebe klar. Josef, das kann nicht mehr. Wir laufen jetzt schon seit Tagen. Er wird kein Glaubsthaus weit und frei. Maria, wir müssen aber weitergehen. Ich kann schon Bethlehem sehen. Maria, heil euch. Du trägst das Jesuskind. Du trägst es doch im Stein zum Bett, bei diesem Ochs und Hemd. Du trägst es doch im Stein zum Bett, bei diesem Ochs und Hemd. Maria, heil euch. Du trägst das Jesuskind. Du trägst es doch im Stein zum Bett, bei diesem Ochs und Hemd. Du trägst es doch im Stein zum Bett, bei diesem Ochs und Hemd. Wieso wird ausgerechnet jetzt, der will die Kaiserobots uns eine Volkskriege machen? Maria, leise. Wenn er uns hört, dann wirft er uns sofort ins Gefängnis. Dann kommen wir eben ins Gefängnis. Dann haben wir wenigstens ein Dachüberkopf. Beruhig dich erstmal, Maria. Und wir müssen jetzt auch weitergehen. Und ich kann auch schon, das wird so aussehen. Oh, scheiße, Alter. Ihr seid Gäste, stimmt's? Ja. Bei uns ist alles voll bis unter das Dach. Wir haben kein Bett mehr frei. Aber was soll ich mit meiner Frau machen? Die ist schwanger und die kann auch schlecht auf dem Boden schlafen. Also, wir haben kein Bett mehr. Wir haben nichts frei mehr. Alles voll. Ja, da, schau her. Das ganze Haus ist voll bis unter das Dach. Und alle schreien nach Essen. Und du stehst hier und hältst schwächzen. Ist das denn die Möglichkeit? Ja, aber da drinnen ist es viel zu heiß und die User konnten frische Luft schnappen hier draußen. Außerdem stehen hier zwei Gäste. Die brauchen ein Bett. Ja, und? Schickst sie weiter und bedienen die Gäste. Aber die eine ist hochschwanger. Ja. Was hast du denn? Mein Bauch tut weh. Mein Rücken zieht so. Ist das dein erstes Kind? Ja. Auch das noch. Die Wiese soll einen schwarzen Ton Wasser aufsetzen. Und die Hanna soll Winden aus der großen Truhe bringen. Und du gehst in die Särbelhütze im Windelhäu. Bring mal Wasser und mal bitte. Geduld auch gleich heran. Wie heißt du? Maria. Maria, mach keine Angst. Ich werde dir helfen. Aber dass ich ein cl갈er ist. Ja. In dieser Nacht den Beten, was kalt und reichlich so unbequem, doch hörte man zur Gegenzeit, den ersten zarten Bibelstein. Das Kind ist da, der Josef lacht, Maria hat zur Welt gebracht, ein kleiner, wunderschöner Sohn, er standen, klingt und lächelt schon. Maria lief ihn in den Arm, der Gott so gut war, reich und war. Die Augen groß, die Füßchen klein, die Hände, Fingerchen zu fangen, sie danken Gott mit Herz und Mut, das Kind des Lebens und ist gesund. Gott helft, so soll es immer sein, und glücklich schiefen beide ein. Der Isen hat noch nachgedacht, wie merkwürdig ist die Isenacht. Der Wind, der durch die Winzen fließt und uns vom Kälte zittern ließ. Der wehte plötzlich warm und glitt und schmeichelte das kleine Knitt. Er mag denn dieses Bild bloß sein und dann schlief auch der Isen an. Hey Karl! Hey Karl, du, ich hab doch gestern einen kleinen Schnaps getrunken. Bist du blöd? Deswegen wechseln mich mitten in der Nacht. Ach, lass mich doch mal hin. Hey Karl, da steht jemand. Oh, wer bist denn du? Jungs, wach auf! Komm! Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr aus der Stadt Davids. Zum Zeichen, ihr werdet finden, dass Kinder in Windeln, Gewicke und in einer Krippe liegen. Toll, wir sind heute der Heiland. und Frieden auf Erden, auf Erden, und in Menschen ein Wohlgefahren. Amen, Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden, auf Erden, und in Menschen ein Wohlgefahren. Amen, Amen. Sag mal, waren das Engel? Engel, es können doch nur Engel gewesen sein. Und sie haben so schön gesungen und so schön hell geleuchtet. Was haben sie überhaupt gesagt? Ich habe vor Schreck alles wieder vergessen. Euch ist heute der Heiland geboren. Wir würden das Kind in einer Krippe liegen finden. Hä? In einer Krippe? Wo? Wir gehen einfach los. Stopp, die Schafe! Na gut, ich bleibe hier. Ich bin sowieso nicht mehr so schnell wie ihr. Und stopp, die Geschenke? Geschenke? Wir haben doch selbst nichts mehr. Naja, ich hätte hier noch einen Stein, den habe ich mal gefunden, der bringt Glück. Ich hätte noch ein sauberes Fell für das Neugeborene. Und ich einen kleinen Schnaps für das Kind? Nein, für den Vater. Okay, dann gehen wir. Auf geht's. Dann gehen wir. Die Hirten, die liefen schnell, sie wollten die ersten Zeit, die Nacht war erstaunlich, Herr Kuh mochte das Kind nur sein, sie klopften an jedes Haus und schauten in jedem Stall, die Hunde, die flippten aus, es gab einen Mopskaball. Die Leute, sie wurden wach und schauten zum Fenster raus, was ist denn hier für ein Kerf war der da vor unserem Haus? Sie schrien, was wollt ihr hier? Ach, geh doch, lasst uns ein Buch, es ist in der Nacht ein Bier und schluss war das Fenster zu. Die Freunde, die riefen, wie ihr Hirten, was macht ihr hier? Ich koch euch ne Tasse Tee, kommt rein und dann sagt es viel. Vom Engel wurde erzählt, den sie auf dem Hände siehnt, vom Heiland, vom An der Welt und vom Wunder, das gescheht. Ich brauche jetzt Gahne Koisse. Ich brauche jetzt eine Anf Analytics. Aber der Stern, er ist ganz nah, wir wollen doch den kleinen König sehen. Immer langsam mit den jungen Kamelen. Immer hinlässt er gerade erst vor. Bis er uns wegweist, vergeht mindestens ein Jahr. Setzt euch und lasst es euch noch hin. Hey, Melchior, was ist? Kein Hunger? Irgendwas ist klinisch. Wieso? Ja, ich hatte es sein, wie der König Herr Röder ist, er hat uns freundlich aufgemacht. Und seine Lammkeule war lecker. Ich habe mir gleich das Rezept aufschreiben lassen. Wir kommen von so weit her in den Königsbrüchen und hier wissen wir davon gar nichts. Naja, es kann schon sein, dass unser Land fortgeschrittener ist mit der Sternenbeutung als bei uns im Babyland. Mag sein, dass er recht hat, aber sollen wir so ein Sternenbeutung schweiften, kann man nicht übersehen. Und wir können verzüglich kochen. Lasst uns essen. Ich habe so ein unnötiges Gefühl im Raum. Das ist Hunger. Esst und wirst sehen. Nein, mein Freund. Es ist das Gefühl, dass man diesem Herr Röder sich trauen kann. Er hat uns, er hat es zu genau über den König erkundigt. Und wir sollten ihm unbedingt sagen, wenn wir wiederkommen, wo wir ihn gefunden haben. Damit er, auch er es anwählen kann. Oder umbringen. Dein Gefühl könnte stimmen, Melchor. Meint ihr, das Kind ist in Gefahr? Ja, aber wir können den Eltern Bescheid sagen und wir gehen allen an einem anderen Weg zurück. Gute Idee. Jetzt lasst uns weitergehen. Wir kommen auf den Morgenland von Freitag. Weit her, der Stern hat uns den Weg gezeigt, das war nicht schwer. Da vorne ist schon neben dem, die kleine Stadt, von der Jesaja früher schon berichtet hat. Wir haben ihn gefunden, wir haben ihn entfällt, ein Buch auf unsere Wissenschaft, wir Forscher sind perfekt. Sie haben ihn gefunden, sie haben ihn entfällt, ein Buch auf eure Wissenschaft, ihr Forscher seid perfekt. Ich erfährt in der Felde und jetzt macht er halt, er steht bei einem Stall und er ist schief und alt. Ein König und ein Stall, das macht noch keinen Sinn, mein Sohn, die Sterne mögen nicht, wir gehen hin. Wir haben ihn gefunden, wir haben ihn entfällt, ein Buch auf unsere Engel, schau, ihr Engel, seid perfekt. Sie haben ihn gefunden, sie haben ihn entfällt, ein Buch auf unsere Engel, schau, ihr Engel, seid perfekt. Da stehen schon viele Leute und ab dem Stilens, den ersten sind wir nicht, es ist die Konkurrenz. Sie jubeln, sie singen, sie singen und sie singen, weil, nee, nee, so lustig können keine Forscher sein. Sie haben ihn gefunden, sie haben ihn entfällt, warum nur haben sie ihn hier in einem Stall verspricht. Sie haben ihn gefunden, sie haben ihn entfällt, warum nur haben sie ihn hier in einem Stall verspricht. Was sind denn das für Leute? Die? Was sind denn das für Leute? Die sehen aber vornehm aus. Die sehen ja wie Schweinehirten aus. Das sind bestimmt die drei Könige. Die stinken bestimmt wie ein Tier. Seid gegrüßt. Was fällt mir so ausgelaufen? Der Heiland ist geboren, da, von dem Stall. Der Heiland, wir suchen einen Königssohn. Von einem Königssohn wissen wir nichts. Naja, vielleicht meinen wir ja auch den gleichen. Hat euch auch die Sterne geführt? Von einem Stern wissen wir nichts, aber ein Engel hat uns hergeführt. Ein Engel, ein parathychologisches Phänomen, oh, interessant. Ein Engel, wirklich? Ja. Und er hat so schön gesungen. Gloria und so ein Zeug. Wer ist der Vater? Oh, ein Herr? Und warum verstecken sie sich im Stall? Nein, der Vater ist ein Zimmermann und die Frau eine hübsche Hausfrau. Aber warum fragt ihr uns? Geht doch einfach rein und seht euch das Kind an. Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Worauf warten wir? Gehen wir rein. Ja. 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 Welch ein froher Tag ist heute, endlich ist der Herr geiler Plan. Konnte bei mir lieben Leute, die man es war, wo uns Gott so war. exitilium. Erdenkönige, ihr alle, arme Reiche, hängt ihn ein. Dieses Kind, die in ihm im Stalle, wird euren Erlöses sein. Gloria in excelsis Vio, Gloria in excelsis Vio. Gloria in excelsis Vio, Gloria in excelsis Vio, Gloria in excelsis Vio. Gloria in excelsis Vio, Gloria in excelsis Vio. Gloria in excelsis Vio.